Beste Wende Beste Wende Tiefboxen Ja Booster Sabbel X Ritz Thema Coins Halt Alter Geil Boah Das wird echt geil Also wenn die jetzt richtig übertreiben Geil ist der Wendmann Robotanzug oder Fußballtrikot Das wird echt geil Ich weiß nicht wie das Hammer wär Oder Scholli Was wärs Alter Ich war glaube ich die ganze Zeit gemutet Kann das sein Bevor ich auf den Klo gegangen bin So lange war ich jetzt gemutet Ja Oha scheiße ich war die ganze Zeit schon wieder da Scheiße ich hab die ganze Zeit Gar nicht da reingeredet Alter ohne Alter ich hab die ganze Zeit mit mir selber gesprochen Ja läuft ich hab dich eingeholt Schön für dich Du kannst mich nicht mehr einholen Weil ich wieder ein Tausender reingeballert hab Hör da auf alter Hör da auf Felix Mach die Scheiße weg ey Aber wie hast du noch sag mal ehrlich Was Ähm ich müsste jetzt noch Ich glaube 80 oder so was davon haben Von den Tausendern nur Von den Tausendern aber nur Von den Turkeys Von den Turkeys Achso Turkeys hab ich nur noch einen glaube ich Würde ich ihn sparen Ich brauch noch 140 Ey Fabi kriegt ja kaum XP Ja kein Tausender drin Ja weil ich auch Ja weil ich ja auch keine Tausendern mehr habe Ja aber ich bekomme gleich zum Glück welche Ja 31 alter Geil ich hab Fairytale erlernt alter wie geil Was kann das? 1700 alter geil Was dein ernst? F2 1800 1804 Gucken wie viel die zieht Mich verarschen So viel für ein Ultra Level Boah Alter OneHint alter Geil Jetzt geh ich erstmal Jetzt geh ich erstmal fett Eul3 alter Eul3 geh ich jetzt haut rein Ok alle Eul3 Warte noch Eul3 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 Oha, hier sind schon welche. Erstmal Channel Null hier. Sag mal, wo frei ist Felix. Erstmal Zipperleck. Nee. Zipperleck, schnell. Oha, warum ist alles voll, Alter? Ja, die Level, wie verrückt. Denk nicht an uns. Oh nee, komm jetzt, ich brauch... Ich hab jetzt echt umsonst ein Tausender reingeballert, oder was? Komm schon, nehm Channel 2, gib uns Mobs. Nein, alles leer, ey, ich raste aus. Alle Channels sind leer. Raste, du Leck, sondern gehen. Ja. Oha, selbst die Dexterrogrämon waren, hätte ich fast mit F2. So was, Silverleg, so lang, Felix? Oha, Alter, hier ist alles voll, leck mir doch den Sack. Ich klau mir jetzt alle Ja jetzt haben wir dann Silver Lake Ich bin eigentlich nicht so ein Fan von Silver Lake Ja aber wir kriegen fett XP da Wie ist das schon mal? Ja von mir aus dann gehen wir jetzt Silver Lake Ja komm Wild Island Silver Lake Oh ich fress jetzt meinen Salat weiter Alter mein gekauften Salat hier Der ist voll lecker man Guten Hunger Felix Jo Hat sie gern Pita essen Ich geb jeden einen aus Gordon kann auch welche haben Ja ja du gibst jeden einen aus Jurek man nennt dann das auch Ja das ist mit Fleisch Oder Käse oder Sauerkraut Oder Spinat So viele Sorten zu messen damit Ohne Scheiß Wo gehen wir denn jetzt hin? Da bei Wootmon? Bei Wootmon da? Bei Wootmon ja Woot Bin da Bin da Bin da Oha Die geben wir unnormal wenig in xp war alter die die dextero greymon geben mir fast 30 prozent pro mob und hier war woopman krieg ich grad nur 6 warte für ne verarsch für alter warte ich kriegst grad xp ne überhaupt nicht was nicht was ist das adventure themabox die kann man verkaufen wenn man die kriegt ne ich nicht guck mal wieviel so ein cherrymon gibt und cherrymon gibt direkt 20 prozent und 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 Oh, ja, man kann das sehen. Ich kann mal bis zu 50 Level locker Felix Trotzdem ist das scheiße hier finde ich ey Ich weiß nicht was alle in Silverleg so geil finden Ein Richtiges scheiße ist es halt Ich hab zwei Kameraden und oben ist Mit dem Geld Ähnllllllllllllllllll repair Ach ja 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 Ich level den noch bei 41 und dann hör ich auf Ich schaffe das Oha, Alter 23 Piximon schwingt ihren Schwengel Ach du Scheiße Läuel, warum sammelst du den in den Sand ein, Alter? Läuft, 2.30 Läuft, ja! Nochmal F1, bumm Läuft Läuft, auf jeden Fall Aber trotzdem Alter, das ist voll kacke hier zu leveln Warum ist es denn hier voll kacke zu leveln? Weil das kacke ist! Guck doch mal wieviel XP wir hier bekommen Voll wenig Bei Dextero Gramo kriegst du viel viel mehr Ja, das weiß ich Aber die meisten leveln ja auch so aus Ja Insbesondere manche Neulehlinge Auch Dann gib ich den Fabi recht, Felix Dann gib ich den Fabi recht, Felix Auch hat der recht Ich kacke Ich kacke jetzt nur noch die Cherrymon ey Weil sich das nur noch lohnt ey Obwohl du einen Typen Nachteil gegen die hast, okay mach das ruhig Ja mei Die Bücher sind 20 Level über mir, Mann Auf jeden Fall Von Dich Die wheat Von Dich Die Die Sie Die Sie 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 Das lohnt schon auf jeden Fall Du hast Twink an, ne? Was denn? Hast du Twink an? Was ist Twink? Ja, hast du XP-Bus an 1.000er natürlich Wieviel macht dein F2? Warte, nicht geskillt, 1.252 Hast du noch nicht geskillt? Mach ich jetzt, pass auf Oh, was ist das die ganze Zeit? Kriegst du die ganze Zeit Nachrichten oder was? Ja Was ist denn das? Was ist denn los mit dir? Schalalalalala Wie bin ich? Boom, One-Hit, Alter, bin ich da cool Nee, bist du gar nicht Du bist sowas von doof Äh, nein Oh Mann, jetzt ist hier so ein P-Hitmon, Alter, geh mal weg, ey Gib mir das Cherry, gib mir, gib mir das Cherry Oh, das ist die Schleiterin Hey Hey Oh, das ist doch Schra보ig, ja, Chef ist da Ich bin Nin%er, aber ich sprach, die Deutsch waren besuchen wir, Petri Genau, alle Das gehört Alex, ne? Du scheiße! Fuck hat Schatz Mama! Oh mein Gott! Das gehört Goran, Alter! Ich hab das auch gehört, ich hab das aber verstanden. Oh, immer dieser Sand, ey! Den brauch ich nicht, den Sand, Alter, voll hässlich! Oh, ey, der soll mal weggehen mit seinem Piltmon, ey! Lass ihn mal irgendwie verjagen, oder so, ey! Oh, regt der mich schon auf, ey, solche Leute! Man sieht doch, hier wird gelevelt! Oh, dann muss der Pillemann sich hier hinstellen, ey! Das ist so richtig...